Ich glaube, da wäre noch wichtig, so eine Unterscheidung ein bisschen. Du hast ja sonst so diese fachlichen, funktionalen Themen, die du besprichst etc. Aber ich glaube, es braucht auch eine Möglichkeit, um mal ein bisschen ins, also ich sage nicht, dass man mal Kaffeeklatsch machen soll, aber ein bisschen in dieses, was ist die Person außerdem, was sie darstellt, wenn sie jetzt in unserem Fall zum Beispiel auf die Tastatur einhämmert, um irgendwie vernünftige Sachen zu produzieren. Also was liegt dahinter, was beschäftigt den Menschen noch? Weil all das hat ja damit zu tun, warum sie vielleicht zum Beispiel den Stift um 5 Uhr fallen lassen. Weil vielleicht, ja keine Ahnung, vielleicht weißt du ja nicht einmal, dass er dann sein Kinder abholen gehen muss aus dem Kindergarten, weil seine Frau die Spätschicht hat oder irgend sowas. Also wenn du da in das nicht reingehst und diese Persönlichkeit sozusagen, aber diesen Mensch könnte man vielleicht auch vereinfachend sagen, hinter deinen Mitarbeiter siehst und da irgendwie genügend Gelegenheiten hast, um da einzutauchen, wo du auch gleichzeitig ein bisschen was von dir her zeigst, nämlich was dich antreibt, was dich beschäftigt, woran du gerade arbeitest. Und genauso spiegelt gleich natürlich auch dasselbe für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.